Wo ist der denn? Unten bei mir Ja klar, Wasser statt sich nicht mehr fehlt noch Legge ich bei dir oder was ist los? Nee Wir haben da nur Kloon Glaub ich dir Sniper Ja ich muss kurz die Chemikalien nachfüllen Ja ich weiß, was dann hab ich Die haben sie das Licht haben die wieder ausgemacht Ich mach's an Nee ist nicht aus Hast du den Sniper? Ja Kloaker 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 Nice Das Genie soll uns mal sagen was wir wieder reinklatschen müssen da Sind wir nicht schon einmal durch? Ja sind wir Ja dann muss es ja erstmal fertig kochen ne Nee hab ich schon, ich hab's aufm Rücken Achso Und zweit mal komm ich hoch und nimm auch eins mit ne Ist das Kokain oder was haben wir gemacht? Nass ist das Aber damit bist du genauso schnell wie Kloaker Oh scheiße unten ein Tauker Ich geh nur nicht draußen drauf Ich geh nur nicht draußen drauf So der Sniper hat mich jetzt genervt Oh mein zweiter Sniper So der Sniper Ich hab mich aufbekommen oder was? Gute Hey, jetzt sag uns was wir da als nächstes reinklatschen. Wow. Acid. Okay, look stable for now. Add more stuff. Mehr Salzsäure, glaub ich, oder? Na? Mehr Salzsäure hat er gerade gesagt? Ne, Säure. Ja, mehr Salzsäure glaub ich noch, ne? Fügt mehr hinzu, oder? Ne, 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 ne. Ja, ich... Hornsäure haben das Licht wieder ausgemacht. Ist da das Licht wieder an? Ne, ist alles an. Ne, die haben das hier auf der anderen Seite ausgemacht. Mach das, mach. Hallo. Du hast auch wieder alle Chemikalen? Perfekt. Hab die ganze Zeit alle Chemikalen, wir können nachher wechseln einmal noch. Ja, also warte mal, Chemikalen sind noch in dem Truck. Kohlensäurealtiges Wasser Äh, ja, Chlorwasserstoff? Oder Edsnatron? Natron. Edsnatron, ja. Hab ich. Alter. Meinst du den Sniper oder was war bei dir? Ja, ich hab ihn. Warte mal, in dem Truck ist noch was. Und auf jeden Fall in dem Schuppen ist noch was. Die Chemikalie. Lass mich die letzte Chemikalie dann auch reinklatschen, ja? Weil dann geh ich nämlich gleich und füll die wieder auf. Nee, aber ich hab ja alle. Aber so musst du mich auch füllen. Jaja, genau deswegen ja. Können wir noch mehr machen, oder was? Jaja. Nicht Edsnatron-Bestinker. Chlorwasserstoff. Oder Max, mach Edsnatron rein, weil ich hab das nicht nochmal. Warte. Chlor, nee. Chlorwasserstoff. So, dann geh ich jetzt nämlich meine Chemikalien wieder nachfüllen. Und du übernimmst die nächsten. Warte, ich nehm. Da ist Meth, das solltest du nehmen. Ja, Alter. Komm ich mich drum. Alter, ich. Die Flashbacks sind so schlimm, war. Musst du das Meth nehmen, sonst geht's nicht weiter. Wo ist das? Achso. Licht um. Bring ich dich um. Okay. Mal schauen, was ist da noch hoch. Ja, ich glaub schon. Okay, sind da noch so weiße Kanister? Ich denke schon. Ja, einfach mal gucken. Guck mal, denn in den Keller. Hier vorne, bei mir. Hier runter jetzt. Wie man in den Keller kommt? Ja, hier runter. Ah, hier. Ja, warte ich. Hier ist noch ein grüner Kanister. Ah, doch. Hier ist auch noch ein weißer. Wow. Frames sind gerade echt beschissen. Da geht wieder, oder? Wo gibt's denn noch weiße Kanister? Machst du das? Oder soll ich das machen? Salzsäure. Salzsäure, genau. Jaja, Salzsäure. Klocker, weißt du mal? Danke für den. Ja, wenn du es nicht hörst, das ist halt scheiße. Ja, ist ja okay, danke. Sehr gut. Ja, ich sehe den Klocker. LOL, der macht so einen geilen Gymnastik-Move, Alter. Gymnastik-Move. Ist auch nice. Ja, man, der hat so ein geiles Rad geschlagen, ohne mit den Händen auf den Boot zu gehen. So kannst du eh die Hunde auch noch was, was man nehmen könnte theoretisch. Hier liegt ja auch ein bisschen was. Unter. Hier oben? Echt? Hier unter. Unter dem Tisch. Nee, das ist nicht. Schade. Na, der Leitz ist, was man kann. Ich glaube, das Schwere ist echt auf der Autobahn dann. Mit den Geldsäcken unter den Bingen, wo die Bomben sind. Ah, ich bin der Hilfe gebrochen. Echt? Das ist ein Schild, deswegen. Ich will gerade noch ein bisschen um den Weg frei ballern. Ehm. Leute, sie haben mega animiert. Ich stehe auf dem Schild drauf. Echtes Klafon? Echtes Klafon? Echtes Klafon? Was hat er gesagt? Chlorwasserstoff. Chlorwasserstoff. Ich mach rein, ne? Ach schon. Alles klar. Okay. Alles klar. Schwierig ist das echt nicht. Ich will kurz mal mein Leben wieder auffüllen. Warte mal gucken, ob das Chlorwasserstoff... Das ist das... Alles klar, der Pickup, der ist schon mal leer. Da sind keine... Warte mal, dass ist ein Sicherproblem? Ja, hier ist nichts mehr drauf. Wo sind die? Die haben die Power aus. Guck mal, ich mach die mal wieder an. Fekt. Momentan machen sie mal unten aus. Stell dir mal vor, das mit Anzug noch zu machen, Alter. Ja. Was haben Sie grad? Extratron? Ja. Mal fahren. Oh. Alles klar. So, warte mal. Ich probier mir die mir jetzt. Zeig. Ich nehme das. Dann kann man die ersten drei schon mal wegbringen, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Das Netzt. Mal mit dem... Ich muss sagen, mit dem Psycho Life macht man richtig schön schnell Sachen kaputt. Hey, Leute, der krabbelt hier oben rein. Boom. Ja, ja. Bei der einfach kommt dann. So, ich mach die nächsten Prozess wieder, ne? Mach ich alles rein. Ich hab alles drei noch. Ich muss nicht wieder in die Trennung. Oh. Alter, stimmst du? Wo ist der denn da, Alter? Da bin ich super. Schaffst du das? Ja, bestimmt. Ich versuch dir, der kommt zu gehen, so gut es geht. Hilfst du? Da war das nix los, jetzt hilf ihm. Ja, mach. Dabei. Schwierig ist es hier nicht. Mach den Strom wieder an. Hm. Ach, Sniper? Wo ist denn der? Der könnte von da auf dich schießen. Wo bist du? Ich weiß nicht. Okay, einer ist da. Einer ist da. Einer ist da. Knahtron, okay. Hast du gehört? Ich hab das nicht ganz verstanden. Äh, das ist ein Cloaker. Oh. Warte noch ein bisschen. Alles klar. Ich bring schon mal den ersten... Oder wir sollten beide schon mal einen Sack wegbringen. Ist nämlich da. Doch. Nein. Natürlich. Tatsächlich. Sorry. Oh Gott, oh Gott. Ja, der ist direkt gekommen. Der Cloaker? Ja. Solltest runterkommen. Der steht direkt vor mir. Kloppt auf mich ein, wird behindert. Ist immer noch da oder hast du ihn schon? Ja. Kannst du schon mit der SSG während du liegst schießen? Ey, Max. Der steht direkt hinter dir. Ist dir klar, ne? Ich hab gefragt, hast du den. Du klopfst immer noch auf mich ein. Ich hab gefragt, hast du den. Du sagst ja. Ich hab gesagt nein. Du hast ja gesagt. Nein. Natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist der Taser? Wo ist... Alter. Ein Messer mal. Alter. Also übrigens... Hydrogen-Cloride-Mecher. Ich bin tot. Ich bin down. Boah, das Mess ist da nicht mal reingegangen, Junge. Jetzt hilf mir, Houston, du Hurensohn. Oh Gott. Ruf einen von denen zu dir. Oh, einen, hilf dir noch, Alter. Chlor-Wasserstoff. So, krieg mir noch. Mach beide. Chlor-Wasserstoff, alles klar. Pack ich rein. Ich muss mir Mess machen. Ey, er hatte unseren Sack aufm Rücken. Was für ein? Echt? Ein netter Boy, Alter. Chlor-Wasserstoff. Alter, Leute, wieder abgeschmackt ist. Max, bist du immer noch da hinten? Ich komm lieber wieder rein, Mann. Wenn ich den Mess wegbringe. Ich glaub, Mess ist dann. Na gut, die Ausbeute ist jetzt jetzt mit dem Mega-Shit. Ja, ich... Wobei, warte mal. Wollen wir einfach nur... Wollen wir dreimal Mess machen? Und ich mein, wollen wir noch das wegpulbern, was wir noch haben? Oder? Äh, ne, ich würd sagen, wir machen so viel wie geht's. Ja, wir sind hier grade schon im Eimerecht. Ich bin schon da umgegangen, dann vergisst das nicht. Ja, das war aber auch nicht schlau vorgemacht von uns, würde ich sagen. Von dir nicht. Heil dich mal hier unten an der Arztdorf an der einen. Nö. Ja. Na, schlau, ne. Wie ne Herausforderung, ne? Pfff... Was würdest du dann so messen? It's Natron. Eine Säure. Weltsäure? Alter. It's Natron! Oh. Guck mal, du brauchst Power zum Kochen. Max! Hier, du kannst hier wieder Mess nehmen. Ja, ich werd ganz kurz... Ja, ich werd ganz kurz das Licht ermachen. Ich hab diesen. Minusun. Woh. Komnischen. Woh. Woh. G� die innere Sen, Woh. 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 hier muss doch irgendwo nach snatron rumstehen da mag es kommen kurz runter in den keller da steht noch einmal als natron das ist ein weißer kanister und im keller ist er oder können wir nicht noch zweimal mehr kochen das wäre es sehr nahe ist und ja die kunden ist klar er ist auch zweimal kochen dann müssen wir auch noch einmal gehen siehst du magst die bringen jetzt 650.000 600 ja 650.000 die ersten drei die haben nur 60 dann lohnt sich das vielleicht doch ein bisschen das lohnt sich ja kommst du hoch? schaffst du das? ja ja easy waren nur zwei Leute die kommen gerade neu an okay oder auch nicht die weg purzelt sind alter voll nice oh so alter wie viele das auch immer sind ja da waren sie immer so zwei snapper gewesen muss ich jetzt mal ausschalten ja erstmal heilen sagen wir mal noch gut sachen mit hauptsache ich hab ja selbst noch ne arztische weiste ich hab noch schön paar ladungen drin von mir neiiiin Ich geh auf mal ein bisschen rum und guck mal, ob man irgendwo noch Ed's Neutron findet. Ed's Neutron ist... Käse? Hat nicht, aber ich hab ihn. Ich auch. Ja, Bulldozer, was geht? Ich mach, ich mach. Bulldozer? Ja. Oh fuck, der hätte ich fast das Falsche gemacht. Schaffst du den? Bestimmt. Kein Problem. Oh, der kommt rein. Du musst mal an Deckung gehen. Nice. Ja, das ist halt die M308, ne? Mhm. Durch die Waffen sind die Dinger echt kein Problem. Oh Gott, ich hab'n D. Ich hab'n... ich hab'n... Oh Gott. Oh, der kommt. Warte mal jetzt. Obe ist ein Taser, ne? Golden. Ich hab'n mich um den Taser an. Wrecks, glaube. Ich hab'n Taser. Ohhhh. Nice, schaffen wir ab. Alles klar. Kacken hätte ich mir auch schwerer vorgestellt, den ersten Tag. Okay. Ich mach' an, ne? Okay. Acid. Alter. Da mach' ich. Ich muss mich grad noch ein bisschen verteidigen. Weil hier ein paar Gegner oben waren. Lol. Ich hab' mit einem Schuss zwei Gegner gequillt. Einen Schild und einen normalen. Ja, alles. JA! JA! Was denn? Haben wir ne neue Elise? Hehehe. Ach. Ich häng' irgendwo mit. Nice, und dann noch so nen normalen Police Officer. Ja, Junge, das macht nichts. Die haben alle gleich her von mir. Ey, das wär' voll witzig, wenn ich einen Bulldozer aus seiner Seite holen könnte oder so. Ja, das wär' echt mega nice, wenn ich einen Bulldozer aus seiner Seite. Tja. Ach. Du hast'n Cloaker. Alter, Elise ist aber nicht so geil, ja. Elise duckt dich die ganze Zeit mal. Den Mach' hab' ich sogar Framedrops hier an der Streamer. Hey? Aber nur kurze. Zum Beispiel mal. So, wenn ich in die Dekon gehe, also... Ja, guck mal, jetzt hab' ich den normalen. Kein Problem. They're on the roof. They're coming from the railway bridge. 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 Oh. Oh, was ist das? Was ist das? Hat er gerade etwa... Etz-Natron gesagt? Ich füge einen, ne? Hm? Ach, das ist Etz-Natron, meine ich. Was? Ja, Natron. Natron war eh das letzte, was ich hab'. Ja, sehr gut. Dann mach' ich noch mal und dann sind wir durch, oder? So, alles klar. Und dann machst du den letzten Vorgang. Lass mich nämlich auf den Rippen. So. Du hörst mich wieder nicht, oder? So, ich mach' schon Strom, ich mach' schon Strom. Ich bin schon unten. Das hier nirgends, wo mir Etz-Natron rumliegt, fang' mich ein bisschen ab. Das wird echt ganz schön viel bringen, nachher runter, ne? Alter! Klocker? Äh. Oh, Dallas, Alter, du stinker. Der sitzt doch wieder da ganz hinten auf der Ende, auf dem anderen Seite der Map, ne? Auf den Klocker mit meinem Hammer drauf, aber der geht einfach nicht down. Jetzt soll ich damit aufhören. Ja. Hands up, you son of a bitch! Son of a bitch! Son of a bitch! Son of a bitch! Oh, 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 oh! Der andere ist gut bei dir. Also, ich hab' noch einmal Salz, aber das kann doch nicht sein. Irgendwo muss ich doch noch Etz-Natron geben! Ich such' mal für dich, ne? Ding der Scheiße! Ach, hier gibt's noch einen Schuppen! Es gibt noch einen Schuppen! Ja, hier ist es drin! Nice! Wir können noch drei kochen. Ja, schön, schön. Kann das sein. Ja, ne? Wusste ich doch, dass irgendwo noch so ein Drecksding ist. Oh, von wo? Ach, was du? Natron jetzt, oder was? Ja, Etz-Natron. Hm. Hm. Fine, fine. Vielleicht verarzt du mich nicht mal und zieh gleich die nächste, ne? Ich mach' den Strom an. Was klar. Easy Mission, Alter, ganz ehrlich. Ich hab' mir die echt schwere vorgestellt. Ich auch. Erstmal, dass ich die wirklich so spiele. Nice and easy, Junge. Das geht echt ganz gut von der Hand. Boah, geil, dass wir fünf Mef schaffen. Ich find' ich... Ach, ne, insgesamt. Hehehe. Noll, willst du mich verarschen? Sorry. Er hat mich erschrocken. Wir schaffen sieben Sekunden. Das ist nice. Ja, okay, ich hab' noch einen. Alles klar, ist ja easy. Weißt du? Weißt du? Max, machst du? Seid's euch, oder soll ich machen? Mach' du. Okay. So, komm. Elise Nummer... 600,3. Weißt du? Ich hab' ne Elise. Ich hab' ne Elise. Ich hab' ne Elise. Die wird getötet von dir, Andre. Ich hab' die Elise dieses Mal nicht getötet. Ey, diesmal nicht. Erstmal davor. Du Arschloch. Komm' drin. Pfff. Steht immer so'n Klocke einfach mal in der Gegend drum. So'n bisschen chillen, weißt du? Ey, das ist so geil. Schilde, weißt du? Ich kann durch ihren Schild schießen, einfach. Ja. Beim ersten Schuss sind die beiden betäubt und mal im zweiten Tod. Ich kenne mich drum, ich stehe da ja neben schon. Pfff. Alles klar. Das war alles, wenn die Typen auch bestochen. Man, dieses Psycho-Knife ist so lustig. Hands where I can see it. Ich nehm' mal Bretter mit, ne? Dann sag' uns, was ich machen muss, du Stinker. Kocht weiter, Leute. Aber ich sag' euch nicht. Das ist unglaublich. Nein, Bretter schicken. Ja, nein. Trotzdem nicht. Fasst mich nicht an! Nein! Nein! Alles klar. Alles gut, spätestens halb zwölf. So. Ich will lustig. Nimm mal, äh, einfach in die Facecam rennen, wirst du? Das war nicht so tight. Nicht als Natron, oder? Vater? Hat er was gesagt? Ich muss mal reinfahren. Ja, siehst du klar, was er stocken hat. Hm! Erstmal schnubbern! Erstmal! Also Schnupperstunde, was? Ja, Drogenfahndung. Erstmal Schnupperstunde, sagst du? Hör mal. Oh, hast du den Drop-It gesetzt? Ich muss kurz heilen gehen. Machst du? Ach schon. Und deshalb kann ich erstmal nochmal einen Kick-Snacken, Alter. Oh, Alter, wenn wir erstmal Deathwish freigeschaltet haben würden. Aber gut, das ist schwer. Ich glaube, auf sehr schwer oder Overkill wäre die Mission schon. Echt Problem für uns, Leute. Da wäre die echt miese Brise, du. Hm? Der Dallas hat den noch erwischt. Der Dallas lässt wohl nicht die Band, Alter. Alter, ohne Scheiß, Max, den Waffen musst du auch mal ausprobieren. Die SSG 553 oder wie die... Bisschen Open-Engage-Sache, Alter. Äh, stimmt. Ne, die Gürtel leuchtet den Armour-Transport. Und den Taser weggehackt. Mir war nicht sehr viel. Sind wir eigentlich durch mit dem Ding hier? Ne, ne, eins haben wir noch. Ne, dann sind wir jetzt eigentlich durch. Ja, ich weiß nicht, kommt es nicht ein Messer aus, oder? Ja. Gut, dann machen wir noch mal. Ja. Einmal, einmal haben wir komplett noch. Hier ist ein Taser bei mir. Psycho-Knife, zack, zack, zack. Ich kann ihn zwar hinten, aber es macht mir keinen Schaden. Oh, so eine 308er Kugel hinter der Kopf zu bekommen, muss doch echt mega wehtun, oder? Na, was? Nur von der M308er, so. Ich glaub, das tut eben nicht weh, wenn ein Kopf weg ist. Also, stimm mal vor, du kriegst so ein Ding mit Bisschen. Ich bin bei der Kalimus 80. Machst du das, oder? Habt schon. War ich das? Oh. Na, Borstlan. Alter, ihr diese, ihr diese... Armand umlebt sogar... Oh, diese Armand ist gerade gestorben. Hands off! Drop the gun! Ich mein so, oh, die lebt ja immer noch, genau, niemand wird sie abgeschossen. Haha. Cloca. Be careful, they have snipers incoming. Drop it now! Aber man merkt schon, dass die Schilder doch etwas... Also, die Typen nur ein bisschen mehr aushalten. Drop the gun! Drop it! Ah! Sag halt für jeden jetzt, drop the gun, weil so eine Elise ist. Oh, hey, du stinker, sag uns, wie es jetzt weitergeht. Hands off! Die können wir nicht dieses Gemälde mitnehmen, das ist bestimmt auch ein bisschen was wert. Das Gemälde. Unten. Chlorid. Ich kümmere mich mit den Lichtern, Chlorid. Ein Chlorid. Ich hab Chlorid. Dann kümmere du dich mit den Lichtern, ich kümmere Chlorid sein. Es gibt Chlorwasserstoff, Etznatron und... Ja, das ist Chlorwasserstoff, Chlorid ist Wasserstoff. Stimmt Chlorid? Ja, ich bin nicht so gerecht hier nie. Ja, schon wie vier, Alter. Ne, drei. Ne, ich. Letztes Jahr hatte ich zwei. Achso. Ja. Ja, du bist auch ein Jahr weiter in der Schule oder so als Schase. Ich, ich. Mit dem Psychoneff einfach um mich rumschlagen, um den Typen zu treffen, weißt, ne? Ich hab fast gestoppt. Oh, das ist Hammer. Ey, du musst ja noch einmal... Oder mit jetzt ein Um. BAM! Mach Etznatron, hast du das noch oder? Ne, du musst es machen. Ja, ich glaube ich hab Etznatron. Etznatron musstest du noch haben. Ja, und du machst dann das letzte, ne? Ja. Dann sind wir durch. Jupp. Boah, Alter, Junge, weißt so viel Geld das ist. Guck mal, mach mal. Das sind jetzt schon 1,3 Millionen am Pal, denn noch zweimal 650.000. Ja, das sind nochmal 1,3 Millionen. Oh, hallo. Vor allem, vor allem am nächsten Tag, da sind wir dann ja bei diesen Gangstern im Haus. Kann man auch nochmal ein Save aufmachen, da können wir denen dann auch das Meth, was wir den geben sollten, abziehen. Ich glaube, das machen wir auch, oder? Ja, ganz ehrlich machen wir. Maximum Money, Junge. Joker. Ja. Ja, genau. Warte. Ja, warte kurz. Warte, warte kurz. Warte, warte kurz. Muss ich mit dem Stochen. Boah, hallo. Komm, dann sind wir durch. Ja, hab noch was von mir dieses gemacht noch. Ja, das ist das letzte, was ich habe. Ja. So, dann nehmen wir gleich der Smelf und dann machen wir uns auf den Staub. Okay, perfekt. Okay, diese macht das schon für uns, ja? Alles klar. Dann run! Run, boy, run! Musst du in den langen Weg gehen? Oh, der Klocker ist irgendwie vorbei gesprungen im Loom. Hab ihn noch einmal getroffen. Und den will ich killen. So! 6.50 Finger. Lemon Squeezy. Das nur auf Schwer, Alter. Was denkst du, was das auf Overkill kommt? Ja, oder auf Deathwish. Das ist unglaublich, was das bringen wird. Ja. Kochwettreserve. So, heute zum nächsten Teil. Stalker spielt Dying Light. Ohohohoho. Der Schlingel. Warte mal, okay. Ich hab direkt in den Hochweilen, Mendosis. Das ist, glaube ich, echt kein Problem jetzt. Ja, das ist das mit diesem Gangster hoch aus. Ja, ja, ich weiß. Da müssen wir mal durch. Das ist kein Problem. Wir killen die einfach, ne? Lass uns mal probieren, vielleicht kriegen die wir ja so die Information. Na, können wir machen. Die Mendosis. Die Mendosis. Wollen wir mit der Sekundärwaffe zu den Dudes hingehen? Warte. Oh, das Messen mitnehmen, natürlich. Was? Was hast du gesagt? Oh, dann sollten wir vielleicht Messen mitnehmen. Messen mitnehmen. Ist vielleicht ne Idee, ne? Warte, sieben Stück müssen wir den geben? Ja, komm, geben wir denen das und wir nehmen das später wieder mit, ne? Gehen. Easy, ganz, ganz easy heute. Ja, immer nimm du aber. Ich leg dir das da hin. Ich werfe dir das so weit wie möglich hin, ne? Ja. Ach, ihr Schwuchtel, Alter. Das Neft, das ist immer noch unsers. Setz das nämlich noch mit drüber. Wenn wir jetzt Informationen kriegen, gehen wir runter, knallen die ab und nehmen unser Messen wieder mit, oder? Ja. Es geht, oder? Es geht, da musst du gehen. Jetzt mal for real. Leut, Messen zurückstehen, fand ich gerade. Und meine Freundin ist bereit für dich. Geht in die Apotheke. Äh, kommt man denn da hin? Wir durchn, ich bleibchen. Geh du dir die... Geh du dir die... Alter, ich hol dir die Infos. Ja, ich mach. Ich muss mal gucken, wie man da hinkommt. Guck mal gucken, wie man da hinkommt. Oh, ja. Die smokeen hier so ein bisschen was neus, die so ein bisschen smokeet. H supervis, ich kill die dann. Ja, ja. die Dachlichter Fakir Nimm das Mess Nimm das Messer alles am Praxen in den Wern das Geile an denen ist dass ihr noch keine Rüstung an die Dummlos trotzdem legen sie sich mit uns an sie schießen mich an, ich hab nicht mehr die Hälfte, man ist Rüstung verloren ok, jetzt bin doch für euch ein bisschen viel ich bin das Hochhaus runtergefallen das Treppenhaus bin ich runtergefallen er fällt einfach groß Hochhaus runter ihr stinker verpiste euch ich bin hier noch ein Alter hier müsst ihr das hin ja müssen die noch mehr ein 308er Kuh empfangen vor dem Schick, das ist so dumm sind oder nicht schießen halt auch aus den Häusern auf mich drauf hier rechts rein, hier hinten, guck mal hier vorne ist eine Tür offen hier gehts auch noch rein da stand ein Guard vor das sind ja drei Hochhäuser, oder? ja, untersuchst einfach alle die haben... ruhig, ruhig Leute, du leckst, ich werfst jetzt mehr, wenn du das mit drei Jahren wirftest, dann wird es auch... oh locker? falsch ja 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 hm, ok, das Haus ist auch nicht... kann man nicht über das Fenster da runtergefallen? ja, hier ist ein Safe ja, hier ist ein Safe in den Knacken mache ich gerade warum die sind da die Infos drin? hast du das Mesh schon alles weggepackt wieder? bin grad dabei ja wo musst du denn die hinbringen überhaupt? wieder im Van achso, alles klar nice, sehr schön sehr sehr gut hoffen wir mal, dass in den Safe die Infos sind zu stinker, Alter, dass die uns nicht die Infos geben Max, ruf die zu dir beide ist eine Schiff bei dir und hilft dir? nein, ich brauche Hilfe ach egal, ja gut uff ja, sie kommen nicht ja, egal egal oh, ist das eine Geldtasche fuck, ich weiß nicht wie hier runterkommt ja, hat sich gelohnt hat sich gelohnt oh, fuck ja ach, sonst ist alles cool bei dir oh, wow jetzt klauen sie das Mesh wie sollen die denn das Mesh holen? du hast das doch nicht da rein gebrannt ja, da sind 4 Geldtaschen ja, da sind 4 Geldtaschen scheiße, wie soll ich denn da runter kommen? oh, wirf doch erstmal die Taschen runter jetzt klauen sie das Mesh Pass auf, das Map auf! Wow, Alter! Der Rennen mit Map weg, ne? Alter, Max, ne? Zwei Rennen mit Map weg. Schildermeyer. Eine Map da hinten. Wie lange braucht das noch, Max? Das Map ist gleich weg, hinter dir! Deine Cloud... Die legen das ab, Max. Es gibt aber auch Sachen, wo sie aus der Map bringen können. Du Spass. Ja, hier aber nicht. Es fliegt sich da ab. Ich nehme dir einen Taser. Äh, hab ich gehört. Der wäre besser, wenn du manchmal um dich kümmerst, damit du nicht stirbst. Der ja rechts im Gebäude ist der. Rechts! Alles tot. Alter, Max, was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass du die Mission schaffst und nicht alle in Team-Mates sterben lässt. So... Gut für dich aus. Ja, ich will jetzt erstmal freuen. Mhm. Siehst du hier? Ganz irgendwie. Wolltest du noch die Geld hast, ne? Ja, ja, klar. Und die Information muss ich auch noch holen. Wie lange brauchst du noch, Max? Äh, 1-10 noch. Cloca! Noch zwei unterwegs. Zwei Cloca noch unterwegs, ne? Scheiße. Alter! In meinem Auto. Schwarzes. Ist das da? Da waren die ganzen Leute. Da kamen sie gerade hin. Ich meine nur. Das, Cloca, vor dir! Ja. Läuft. Wieso? Wieso? Der kann tanzen, Junge. Hab ich gesehen. Alter, der hat ja auch richtig viel gegeben. Nein. Da kann nämlich auch schießen, die Stinke. Scheiße, richtig geil. Guck mal, da könnten die Infos doch sein, ne? Ich meinst du auch aus dem Fenster oder auf dem Balkon oder was? Ja, aber hier ist ein Safe, man. Ich sehe da. Gut. Dann stress nicht, Junge! Alter, kennst du diese, kennst du die Cookies, äh, die... hier steht zwar Ocello, aber die sind aus wie Ghetto-Kekse. Also da steht fast Ghetto drauf. Fast Ghetto, was? Mach mal. Das sind Schokokekse. Ja, die heißen Ocello-Kekse. Das sieht aus, das O sieht aus wie ein G und dann wäre das ein Ghetto-Keks. Bist du das? Ne! Das ist Erik. Wird auch sein können, dass das denn, äh, der Bot ist. Der Dragan. Okay, ich hab die Infos. Also du sagst, ich soll das Geld einfach runterschmeißen? Ja, müsste reichen, wenn wir es runterschmeißen. Äh, man kann nicht hier durch dieses Fenster gehen. Kannst du schon runterschmeißen? Ne, ne. Wow. Ja, komm, dann gehen wir, dann gehen wir. Ja komm, lass die, die nehmen wir noch mit. Klar nehmen wir alle mit. Komm, die hier, die können wir bestimmt rausschmeißen. Ja, hier können wir sie rausschmeißen. Machen wir das? Ne, ich hab sie grad das Treppen raus runtergeschmissen. Ich schmeiß sie jetzt hier runter. Hab sie, hab sie sogar, glaub ich, auf den Truck geworfen. Gibt's da noch was? Ja, einmal noch. Ja, hab ich. Hier ist noch Etznatron. Das wär so. Nice. Fast, fast, fast ne 3 Millionen da Paydays schon, aber nice, ne? Am zweiten Tag, ich meine am dritten kann man auch noch dick abcashen. Mhm. Wo ist es denn nicht? Der Dragan ist noch nicht da, ne? Ich kann versuchen, dass wir vielleicht einen Law Officer kriegen, ne? Äh, wieso? Wir haben doch jetzt alles. Ja, für den Crew-A-Live-Bonus und so weiter. Ne, mit POTS zählt das gar nicht, der Crew-A-Live-Bonus. Echt nicht? Ja, so gut denn. Ja, ne. Warte, ich weiß. Ja, guck mal, die eine haben einmal die, die eine Geldtasche geklautzt, aber das reicht, ich hole die direkt noch. Warte, hier ist ein Cloaker direkt neben uns. Naja, der ist tot. Puh. Das war alles klar. Der wollte mich... ...fisten. Da hab ich ihn... ...mit DM-308 bisschen gefestet. Nur ein bisschen. Und der hat jetzt auch noch einen Cloaker, der ist markiert, ne? Können wir mich schon mal sehen. Wo gehst du denn hin? Ey, die Tasche holen. Was? Die Tasche holen. Ach, die haben noch eine Tasche, ach so. Ach, das wusste ich nicht. Ja, ich hole die. Ich will nicht zur Unterstützung machen. Okay, ich hab noch eine Elisa. Noch eine was? Ne, Elisa. So, ich tausche jetzt gegen die Teamkollegen aus. Ups, das Tragan wieder. Oder auch nicht. Doch, der wird jetzt. Das Tragan. Nice, dann komm. Dann kann man uns jetzt verdienen. Hab ich nicht mitbekommen. 3,2 Payday. Also am letzten Tag, wenn wir da alle Geldsäcke kriegen, dann kann das nett sein. Nett mit wären. Oh, Pirat der Karibik, hab ich mir ja rumschaffen bekommen. Herbert of the Caribbean, ja noch. Das ist jetzt auf der Autobahnbrücke. Boah, das ist eine schwierige Mission. Es sei denn, wir machen das gut. Und, also soweit ich das weiß, du kannst die Mission innerhalb von 5 Sekunden abschließen. Sicher, dass das die Mission hier war? Ja. Nimm das nach bei mir. Ist das nicht die, wo jemand rausschießen muss? Es könnte das FBI, dem ist so. Vielleicht haben sie irgendwie, vielleicht. Oder sie werden ausreden, der ist mir nicht so. Es geht jetzt. Den Bus. Oder ich das Geld. Genau. Also, wie gesagt, da ist Geld. Das musst du auf den Rücken nehmen und direkt die Bombe da drunter entschärfen, ne? Okay, versuchst du das. Ja, vielleicht. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich mach das einfach, oder? Oder ich probier es. Mhm. Ich glaube nämlich, dass es so geht. Alles klar, go, go, ganz schnell dahin. LOL, das ist richtig witzig mit den Explosives geschossen. Ich kann aber drei Leute mit einem Schuss töten. LOL. Was denn? Ja, easy. Ich hab' eine riesige gemacht. An die guten. Was ist? Ist es noch mehr? Weißt du das? Oh, hier ist eine Tasche. Ich mach das mit dem ganzen. Ich mach das mit dem Ganzen. Ist noch mehr zu viel? Jaja, unter jeder Tasche Soll ich auch einen machen? Ne, ne, ich mach das schon alles Und die Taschen weg, oder? Genau Mh Wir haben noch nicht so das hinbringen sollen Oh Tja, dann lassen wir es erstmal hier im Bus da Mh Dann helfe ich Hier ist nichts drin Ich glaub, schaffst du das nur mit deinem Screenpilot sein Ne, ne Ich glaub das schafft jeder Bin mir nicht sicher Marc, schaffst du das? Ja Alles klar Alter, ich werd ein bisschen nervös Als ich dieses Piepen gehört hab, man Wow Ja, ich find's auch gut, dass du mir so vertraust Ne, sorry Als ich auf einmal dieses Piepen Ich dachte, irgendein Bot hat sowas geöffnet Ja, auf jeden Fall, das geht ja auch Haben sie jetzt neu eingeführt Ja, was weiß ich Bots können jetzt einem der Spielversorgung Ich jetzt neu Warte Warte, war das nicht die Mission, wo man auf dieses Dach drauf musste? Warte, war das nicht die Mission, wo man auf dieses Dach drauf musste? Warte, war das? Scheiße, ich weiß nicht Warte, war das bei Payday the Heist? Warte, war das bei Payday the Heist? Ah ne, hier kommt ein Heli, genau Ah ne, hier kommt ein Heli, genau Ja Da müssen wir alles reinschmeißen dann Die Typen, ich dachte schon, die Typen haben mich hier runter gehittet, aber nein, dann sehe ich nicht Okay, hab alle Taschen Was? Ja, der Heli ist da Da kann es, ich glaube, es konnte sein, dass er doppelt fliegen muss, kann es sein, dass er voll geht Es kann sein, dass er voll gehen kann, der Heli Hier ist unser Loot Heli Na, ich weiß In der Seite 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 4 2 1 1 1 2 1 1 Bitte, bitte mal drauf gehen, jetzt ist der Tod, Alter. Was hat der denn den Mut abgeschossen? Ja, eben, der rannte auch nur noch rum. Ohne. Wow. Er lebt noch, ne? Ey, die halten heute ein bisschen mehr aus, André. Ne, egal. Wie viele Taschen wir hier noch haben, ne? Alter, der Schild ist down. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott, ich hab'n Zivilist getechnen, das kostet 12.000. Das geht aber noch. Machen 75.000 pro Pack. So, dann hilf mir jetzt mal hier, die ganze Sch... Helise! Hast du wieder einen bekommen? Leute, ich wollte gerade wieder auf mich schießen, weißt du? Jetzt hab' ich zweimal miteinander das getechnen. Alter, Max, 5,3 Millionen. Easy, wa? Komm' mit, Elise. Du siehst in mein Herz. Du siehst gute Zeiten. Schlechte Zeiten. Aber wir müssen sowieso mit dem anderen flüchten, das ist egal. Ja, ja. Ach, das ist grad so ein ruhigen, Alter. Das ist ja nicht mehr das Wort. Besser als Brandstifter, muss ich sagen. Wir haben jetzt fünf Leute. Das ist voll angenehm, so drei Bots zu haben und die beide halt, ne? Ja. Warte. Ist der Sack da neben geflogen? Kann gar nicht. Auch, kann sein. Das kann passieren. Ich bin aber direkt reingeworfen. Ja. Warte. Wir keine mehr? Ne? Ja, dann go. Dann go for it. Fuck you. Du hast grad gesehen, wie ich einfach nur auf ihn drauf gehalten habe. Oh, hier ist ein Kloaker, ne? Zum Glück schicken die die Kloaker. Wow. Und die die wirkliche Kloaker noch, ne? Echt? Ich hab den direkt angeguckt. Go, go, go. Alles klar, go. Let's it go. Let's it go. Oh, guck mal, da hinten. Äh. Ähm. Easy money, Junge. Easy money. Hm, hm. Alter. Ja, ja, man. Ja, ja. Easy. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mhm. 2,2 Millionen. Kann man lassen, Sven, nicht. Mhm. Boos. Easy. Ja. Yo. Wow. Wow. Zwischen zwei Waffen aufsetzt und ich krieg Chrom Lila. Chrom Lila, das ist voll geil, das hab ich auch für meine Maske benutzt. Ja, ich hab, ich hab eins, auf meiner Maske das ist 1,2,1,2 Millionen. Meiner war nicht so. Ich hab, glaub ich, nur 200.000 gekostet. Ja, welchen Auftrag jetzt? Ja, welchen Auftrag jetzt? Watch Dogs? Äh, wie spät haben wir's? Ich hab' ich gesagt, ich hab' ich gesagt, er ist 6. Ich, ich, genau. Das ist 3 Stunden Stream, ne? Oh, er ist was herrlich heute. Ich hab' ich gesagt, ich hab' ich gesagt, er ist 2 Tage. Äh, wo sieht man das denn? Äh, wo sieht man das denn? Äh, wo sieht man das denn? Äh. Ich hab' noch mal Shadow-Raids. Oder Wahltag oder so. Holen wir nochmal Shadow-Raids, auch sehr schwer macht. Ach da. sicher wir können auch big bank probieren max bitte bitte einmal big bank ich habe die mission noch nie gespielt auch richtig schon ein paar mal und die ist mega schrecklich kommen schon einmal nur mehr für mich nur enttüttet kommen immer wieder bei der Kuppers übernommen oder wollen wir die leckten wir machen leckten der also Wahltag Prozent Prozent das hätte er machen geschehen wird Prozent mit der ich bin auch konnte ich hab die Mission nicht gespielt ein Spiel alleine Prozent Wer ist dann mit Jubiläen im Großen jemanden geschaffen als jemanden das nicht ich habe erst auf Toledo Schöße Doofmann Doofmann als Trinkert Jetzt frage ich euch mal Guten Tag ihr lieben Leute die erst gerade auf YouTube oder im Stream gucken mit der Reihe Wie geht's euch so? Wie war heute so euer Tag? Wir haben von 15 Uhr bis jetzt um 6 A-Day gestreamt Ja, das haben wir mit unserem Leben heute angefangen im Samstag aber wir haben sowieso frei und haben uns vorgenommen alle ein bisschen auch schwer zu schaffen und wir sind sowieso den ganzen Tag nicht da, also geht das schon klar und ich als die ganze Kekse sind ziemlich lecker und hier wenn ich die reinhalte Ghetto Kekse ich finde da steht Ghetto Kekse auf meiner Seite Wenn ich die vor mein Gesicht halte, muss man die sehen so Voll lecker ganz verrückt Parce Kekse auf meiner Seite Weil du bist zu tun Aber kein diamantengeschäft machen und verkacken und zwar wegen dir machen wir einmal auf normal big bank nur wenn wir wegen dir verkaufen wenn du gesehen wirst ich bin schon damit hätte ich noch auf spiele 64 unglaublich letzten tag auch wieder so paddy gesuchte bin ich so ja oder machen wir das nicht oder machen wir das ja klar sneaky ist auf overkill mann wieso habe ich noch mehr ach so ich sehe ich sehe schon und das noch haben mega verwirrt gewesen warum so mehr gut Tarnung der Eilbücher Tarnung von dreien welches M308 er hat meine Sniper hat eine von 0 gut verkacken wir wegen ihr Alter und get into the store you know what to do let's get those jewels und wir dazu bei wegen mir verkacken wir haben ja nicht verkackt wobei Gemma brauchen wir auch eigentlich gar nicht doch für den bitte bei Larm hast du Gemma mit ja ich gehe in den Kameraraum ja das würde es jetzt sein dass wir wegen mir verkackt haben bestimmt ne 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 sonst hätten wir ja auch vorher wegen mir verkackt ja haben wir auch ja Kamera da pass auf ne dass keiner kommt sieht gut aus ja äh 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 oh hallo ja ne den worden war jetzt nicht auch hier gibt es nichts zu sehen zumal dieselbe Frau geht gehen wow zumal dieselbe Frau die sind gerade gleichzeitig an mir vorbeigelaufen das war ziemlich creepy zweimal die so in die Kameras ja ja let's do this thing ich sehe dich da ist ne kart da hinten hier sieht nichts aus als wäre alle markieren für mich das ist natürlich doof dass du jetzt an der Kamera bist jetzt hast du gar kein Potential zu verkaufen da kam ich will die wie wollen die beide mit dem ist ja noch verschaffen oh kann sein dass einer hochkommt ne sicher ich sehe ihn halt nicht genau da ist einer dran hinter der da guck haben wir markiert steht da rum hast du einen Blick in eins der ähm der wenn einer hochkommt kann ich dir bescheid sagen ok da ist die Bankmanagerin kann ich mach da liegt ne da liegt die die Schlüsselkarte pass auf hat einer rausgekommen einer habe ich markiert der andere kommt mich hoch alles gut oh Gott oh Gott oh Gott alter was war das denn äh ja hier war ein Gart gerade so schön warte ich schaff's da kommt noch ein anderer ne äh nicht dass der Gart sich umdreht und die Typen sieht ne ja jetzt sind die Leute natürlich da wo ich nichts gegen die machen kann alter wow nice ich würde nur einmal Big Bang machen man was ist das einmal Big Bang oh meine Güte brauchst du mich an? nein ich bin rausgeflogen wir können doch danach Big Bang machen aber hör auf rum zu weinen ja wie ein kleines Kind alter ich will nur einmal Big Bang machen hey 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 oh yeah meine Fresse das bin ich auch das ist nerviger als als Makarov Makarov aus aus Call of Duty ich habe jetzt 55 Millionen auf meinem Konto äh du bist ra eh ne wieso hast du die Mission abgeworfen der war doch eh verkackt Junge wieso wurdest du entdeckt ja das hast du doch mitbekommen nein habe ich nicht ich bin rausgeflogen wollen wir jetzt Big Bang oder noch mal jemanden geschickt ne mit dir spiel ich nicht mehr ich geh draus nein lasst wir Big Bang machen ja aber wir aufs Gott sei denn wir du schreist im Bett sonst auch ja oder nein Alter ich glaube ich habe es auch extra leise ne nicht auf schwer auf schonso schwer am besten ja am überkill wie immer ich habe da noch nie gespielt das und da gehen wir aber rein, oder? Geben wir aber rein und ballern alles rum. Ja, das kannst du gleich alles machen. Guck, guck. Stimmt, da war ja was. Ey! Was willst du mit deinem Reis? Warte, unter uns im Game 2 ist Gubeldebub. 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 Babababara. Er ist mit. Abman. Steffs, Abman. Steffs, Abman. Die Antwort ist nur private, aber... Steffen. Steffs, Abman. Egal. Soll wir Termit mitnehmen? Was sollen wir mitnehmen? Termit. Soll ich die Schlüsselkarte platzieren? Ja, warte mal. Wo sind wir? Wo betteln wir denn? In der Main Vault? Die Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte. Wofür denn? Die Schlüsselkarte? Wir machen doch eh nicht sneaky. Okay. Willst du vielleicht einen vergifteten Kuchen? Ein wenig Sicherheitsguards. Warte. 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 Du weißt schon, dass dieses Big Bang einfach so eine gigantische Mission ist, dass wir das jetzt nicht hinbekommen werden. Schaffen wir. Nein. Du sollst nur die dicke Rüstung machen. Was hab ich denn hier? Ich hab ein Armorback bekommen. Marc, würdest du nicht deine M308 ausrüsten? Ja, aber warum hab ich denn? Guck mal, das hier. Hast du das auch? Die Rüstung, ne? Ja, die kriegst du bei den, ähm, Perkdeck. Cool. So. Oh, wir machen das, Junge. Nee. Du hast gar keine Ahnung, du hast überhaupt ne Ahnung, wie groß diese Mission ist? Du schuldest mir bloß was. Ja, aber ich weiß, ich weiß, wie wir das machen, Marc. Ja, du schuldest mir was. Wenn Erik dabei wäre, würden wir es auf jeden Fall machen. Du schuldest mir das. Ich schau zu. Nee, ich hab grad einen Chief bekommen, das heißt, du schuldest mir was. Das ist kein Schätz. Du schuldest mir was. Beim Auftrag Weg, Bank beginnt den Raub, nachdem alle 10 gefallenen der Vorausgabe verbraucht wurden. Was ist das? Neu. Was? Chalet, chalet, den Retro Handgriff für das Falkengewehr frei. Alles gleiche. hätte ich dann irgendwas hätte ich jetzt ein fall hätte ich ein retro handgriff für die ist für ja warte mal wenn ich jetzt die maske aussätze was passiert dann stirbst du automatisch der giftgas nicht die masken werde ich machen wir wissen nicht welches verwahrung das ist ich meine solche jetzt wenn es ist wenn die kicker ganz praktisch wir machen das so ähnlich ja dann könnten wir einfach durch oder könnten einfach hier rein mach auf so schön ich gehört ist ja klar wir machen so lange wie es geht ich weiß ja nicht was uns das bringt in die sorgung zu kommen wir sollen da rein das ist ein missionsziel braucht er wahrscheinlich drei minuten geht zurück du musst dich verdeckt halten ich passiere ja eine bitch kommt dann ruhig um das wird dann zwar von allen gesehen aber ich habe doch mal dahinter gelegt ich muss sich nein nein ich habe doch gesagt beantwortet den habe ich abgebrochen ich packe den ein nicht mehr so macht im grünen nein du musst du folge über den hat schlagen ich habe nichts gemacht ich bin ich zeige ich wurde sich das war immer konnte stich und zeige mir aber die Höhne den grünen wir noch vorher mit dem sich mit dem nicht gesehen nein ich wollte meine maske wurde automatisch aufgesetzt deswegen wir haben wir haben mich gesehen aber doch auch auf das geräusch davon irgendwelche stände er hatte nicht gesehen das steht erst hier so er wird die höhren legen ja auch anscheinend wer der bestimmt von der reine hätten gesehen aber da hat ja es nicht gesehen vielleicht macht ich wollte wohl gesehen der wort gesehen und herr mit der es ist nicht ernsthaft dass es bis hierhin geklappt hat oder ich kann sagen das ist nicht ernst ich war auch denkbar so wie lange geht das jetzt gerade gut egal was wir schaffen dass man sich die Kunden schaffen und das dann braucht er noch fünf Sekunden machen dass man sie machen Big Bang jetzt es ist natürlich mehr schwer ist normal oder normal der ist nur normal ist man mal an die mir auf welcher Schwierigkeit was mit Erik gemacht Prozent schwer glaube ich Prozent und das ist immer noch auf normal als ist das ist auch ziemlich St Doppel ich glaube Big Bang ist ein bisschen richtig Spaß machen kann warum hab ich mal getroffen denn der Schuss ist trotzdem in den Rücken gegangen sie kommen Oh Gott dann kommen wir dann kriegen wir diesen Monster Bohrer Junge ja stimmt hier genau das wird die Mission wird interessanter und schaffen ich mach die Musik alles klar wir müssen jetzt alle Computer überprüfen sie ist oben ich mach unten ok ja ja dann lass uns erstmal unten verschanzen Max ja ja ich nehme nochmal eine Geisel und dann das Gute ist dass man für den Polizisten Geisel hat keine Hälfte Null haben wir geschafft ok das ist nice das war beim zweiten egal ich hab grad die Errungenschaft zu zweit dass man weniger allein macht was Leute das ist ok ratet das Zeitschloss mal äh ok ich bin überfordert wie kriegen wir das denn wie kriegen wir das jetzt ich komm mich da oben wir müssen nach oben ne ja ja ich ich hier grad diese komische Leiter rauch ich hab keine Ahnung was das bringt ah ah first try big bang da läuft es jetzt immer ganz gut ja hier oben muss man auch nochmal was aufbauen Max alles klar wäre ganz nice wenn du hochkommst hm wo ist die Leiter da musst du durch das eine Fenster gehen wo ist das eine Fenster erst mal kurz zeigen oder direkt unter mir direkt unter mir weißt sie ach hier das ist eine größte Tür die du meintest ne das ist ein Fenster ne das ist eine Tür die du offen hast es gibt aber auch ein Fenster oh da ist auch eine Tür offen übrigens nur ah gut das ist das Fenster oder passt oh Gott hehehe oh stimm mal vor boah stimm mal vor ich fahr jetzt runter pfff nicht so cool wa das muss ich mal machen boah alter so ein Ego oh oh das war echt ein bisschen knapp so ein Engie wäre manchmal echt hilfreich mhm das geht boah deine Maske sie glitzert so schön hier auf dem Dach meine? ja guck mal bling 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 geht schief ich bin ein Hooper Gangster was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? ich hab mir der Maske Gold gefärbt ne ne die ist ja aus Puchen Gold naja ja was useless Gold sag ich dazu ich glaub hier kann man nicht rüber gehen ich glaub hier kann man nicht rüber gehen boah guck mal guck dir meinen Balance ab boah voll geil du bist ja richtiger erst mal runter gehen bevor das schief geht und ich da runter klatsche mach schon mach mein Sniper tot ja ja drei Schuss, drei Tote man kann ja auf diesen Kran drauf man kann aber da verhältn wir uns die SIP-Line kaufen müssen echt? ja ja hab ich mir voll extra durchgelesen ja aber das war voll nice wobei wobei noch ist man könnte die ganze Zeit drauf aber nachher muss man da rauf sogar da hängt was dran was wir was dann nachher hier rein hier durch dieses große Ding hier runterfällt weißt du ja weil fährt voll geil wenn man eine Sniper hätte und da oben steht und alles hier weghaut äh guck mal guck mal wie lustig das ist spring mal und duck dich mal in der Luft aber wie komisch du Bugs in der Luft wenn du das machst man fällt da so ganz langsam runter ja wie ist das komisch so so hover mäßig ja ich hab mich um die Sniper voll zu euch gekommen ne ich mach schon und sonst so wow alles cool eigentlich Gott was ihr beide immer hattet ich wollte immer Big Bang spielen und ihr nein ihr ist auch lame wer ist die Mission? du kannst nicht auf diesen runden Streben laufen ich wiederhole du kannst da nicht drauf laufen ich hab gedacht man kann da drum laufen oh Gott ey dann schaffst du das noch recht ey ich pass mir grad ins Gesicht alter ja 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 das war witzig der Stream läuft schon ein bisschen deswegen hab ich die bisschen runtergestellt damit das nichts passiert die Bugs die Kralli also die deswegen ist sie ein bisschen dichter die jetzt gerade Petrus meinst du genau Petrus wow ja wie viele Sniper die uns einfach auf uns ansitzen ok ok Max wir müssen wieder runter echt? was ist? ja wieso aber High Stalker du spielst ja jetzt Dying Light wie ist so? oh der ist bei uns im Stream der ist bei dir im Stream im Stream du spielst ja jetzt Dying Light ich hab schon gesehen das hätte ich mir auf jeden Fall noch gönnt geht so gut glaube ich ich hoffe ich hab gestern bei Moonlight hab ich mir gestern auch nachgeguckt diesen Zombie Modus wo du selbst der Zombie spielst der war ganz schön geil oder? das sieht ziemlich krass geil aus das ist sowas was ich auf jeden aber Dying Light soll in Deutschland indiziert werden einfach kann gut sein wobei noch ist es nicht ne also so lange es noch nicht ist easy easy ich ehrlich gesagt gar nicht was soll man grad machen? ja wir warten auf das Zeitschloss hier warte noch ok das abgelaufen ist 32 ja geil 32 warten geiles Spiel kommt einfach nur zurück Dying Light geht's dann geiles Spiel oh ich hoffe das so ich hoffe auch das ist ein bisschen länger dauert was denn Dying Light von Zorker kommt nur zurück geiles Spiel ich hab einfach nur gehört von vielen auch die Grafik soll einfach hammermäßig sein also läuft nicht auf dem PC André was? die Grafik soll gut sein also läuft nicht auf dem PC ja ich weiß ja ich weiß das würde ich sagen alles was heutzutage rauskommt läuft nicht auf mein gut mein Payday ist ja zum Glück ein bisschen älter deswegen kann ich es zum Glück spielen auf niedrigsten Grafikeinstellungen bestimmt bei die ja gut dann kannst du die beim Stream angucken mhm und mit etwa 25 Frames wow das ist natürlich ähm interessant ja die dreckigste Grafik-Trickkarte die geht ja und in einem Jahr hast du einen neuen PC freut man sich doch schon drauf oder? boah ich freu mich eh also ich freu mich jetzt schon auf nächstes Jahr wenn ich einen neuen PC erfahre boah das finde ich auch boah egal wenn du einen neuen PC erfahrest dann dann was wow 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 von wo bin ich bescho- von oben ne 1,20 das ist nicht so nett von denen ne nein nein war echt nicht so tight ja das im Teil hab ich immer nur wegen die angewöhnt mega vollkommen so groß tight gesagt ist nicht so snipe alter nicht so snipe ist so snipe ich denke das ist einfach eine bank in schwer ja es ist eine bank in schwer du kannst nicht sagen dass ich unrecht habe ja das kannst du mir nicht erzählen ist eine bank in groß und etwas kompliziert ja ungefähr drei sekunden ist eine banke nicht so eine banke nicht so stark dann sind wir in der walt diese sonne und der grafik und immer die sonne an ist bei mir nur ein heller punkt ja bei mir auch deswegen ja alles klar ist viel spaß noch und ich bin wahrscheinlich dabei was würde max jetzt sagen sylvester das würde genies jedes mal sagen nicht happy new year man sagt sylvester ja genau das stimmt wenn man darüber nachdenkt man sagt immer sylvester was ist das denn? chanit ist ja voll gut dass ich das gekauft habe ja das ist voll praktisch der jetzt können wir boah figa der wäre adamantium ja jetzt können wir uns einfach in den resort reinbrennen müssen wir uns gar nicht reinbogen ja voll gag oh ich nehme mich immer darauf wahrscheinlich sterbe ich dann sofort bitte mich witzig oder wie lange brauchst du dafür? what the fuck dauert ganz schön lange muss ich sagen ja du brauchst einen termitring auf das ist so wie ein cockring glaub ich dir oh lol pfff uoooooooooooooo ich find die mitte sprengen müssen wir jetzt jedes einzelne ding anzone? aaaaaaaa aaaa aaaa das ding brennt sich glaub ich einmal rum Ja, müssen warten, bis das Termin ausgebrannt ist. Wahrscheinlich hat jedes Mal eins weg. Warte mal, der Vault kann aber auch da oben sein. Aber auch da unten? Guck dir mal diese fette Tür an, Junge. Oh, hier ist ein grüner. André, komm schnell her. André, komm schnell her. Oh Gott, was machen wir damit? Das ist ein grüner Button. Das ist einfach ein grüner Button. Das ist einfach viel zu vielsagend. Ja, okay, wir sind schon beim dritten Termin, Dingen. Easy, wow. Warte, das ist echt hart von Wucht. Ja. Ja, ne? Ich guck mal, ob ich vielleicht noch eine Illusion habe. Und die habt ihr echt nicht auf schwer geschafft? Weil gut, wir haben sie ja auch noch nicht geschafft, sagen wir es mal so. Oh, der Tresor, der ist glaube ich richtig riesig. Ja, ich glaube, da hatten wir nachher gar keine Lust mehr oder sowas. Das ist dann nachher zu Ende gegangen. Aber ist doch eigentlich voll die coole Mission. Ich weiß gar nicht, was jemand immer dagegen hatte. Ja, komm, ich will eine Illusion machen, wieso gibt es mit, weißt du, vorhin auf, bei der Mendoza Scheiß, alle fünf Sekunden irgendwie eine Illusion, weißt du, jetzt. Warte, ich habe aber eigentlich mit dem Ding hier mehr eine höhere Einschüchterungsrate. Ey, wie keiner auf mich handelt. Bei der Team, der sagt ja nur so, drop the gun, weißt du, der hat ja nicht nur ein One-Shot-Ding in der Hand. Okay, der Ring ist fast zur Hälfte fertig. Der Ring? Ein Ring, sie zu Knechten, ins Dunkel zu schreiben und ewig zu binden oder so. Ja, ein Ring, sie zu finden und ewig zu binden. Guck mal, hier ist auch irgendein Server-Raum. Erstmal draufbohren, gucken, was da drin ist. Das soll eigentlich das ganze Zeit Hands Up, Drop It Now sagen? Ja, 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 ich höre das. Oh, ja, alles gut. Was hast du denn gemacht? Ich habe bei ihnen gesagt, sie sollen alles dropen und nicht auf meine Helfernziege geachtet. Aber ich habe noch beide Sachen. Okay, 6 Achtel des Termins sind fertig. Tut mir so, als müsste ich wissen, wie viele das sind. Oh, ja, 3 Viertel. Was? Ja, warte. 6 Achtel sind 3 Viertel. Was? Was drillt denn hier noch? Was drillt hier noch? Nee. Drillst du noch? Da vorne der Raum, der Server-Raum. Achso. Drillt hier noch aus? Nein. Warte, hast du noch einen zweiten davon? Ja, klar. Alles klar. Ich habe, ich habe nicht, das wird, das, schaffte man jetzt, kann man auch noch mal, oh, da oben sie sehen. Ich sag immer, es wird mit der Neu, den interessiert dich nicht. Der Typ geht einfach nicht, hm? Ja, die ganze Zeit, die könnten leben. Oh, die Waffe ist geil, die musst du echt mal ausprobieren. Weil die Aussätze drauf kratzen, die, äh, Stabilität runter machen, dann ist das nicht echt ein Bies. Das ist beim Vorletzten. Das ist dann ganz angenehm. Das wird mit dem Termin wahrscheinlich viel schneller. Ich frage mich ja, wie viel so viel wie so viel Termin, so'n kleinen Rucksack. Illuminati confirm. Das aus, Alter. Warte, 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 warte. Oh. Nein. Coole Leute benutzen Fenster. Wuiiii. Oh. Okay, okay, okay. Echt nice. Okay, aber um hier rauszukommen, müssen wir erstmal ein Drill wieder anschließen. Ich stelle mir vor, wir wären nicht reingesprungen und hätten kein Drill mit. Das ist zum Beispiel, das ist ja zum Glück nicht möglich, aber stelle mir vor. Was machen wir, was wir hätten gemacht? Wir haben wieder rauszukommen. Ja. Wow. Lol. Was ist das denn? Was? Ich kann sogar neue Gegenstände finden, da war eben so ne Schmuckschatulle. Verteidige du einfach und ich... Nee, die können ja wahrscheinlich nur von oben kommen, ne? Ja. Noch ne Schmuckschatulle läuft. Wenn jetzt in jedem Ding so ne Schmuckschatulle ist, wär das natürlich nice. Oh, hier ist Blut drin. Die knacken ich extra. Ey geil, das sind neue Crops, sag ich mal. Die scheibe ich. Oh, die schießen sich von oben. Aaaaah. Oh ne Geldtasche, alles klar. Ja jetzt ne...oh, gibt's eine reingesprungen? Oh ja. Äh. Alles gut. Hier wird aufgerufen. Achso, alles. Das ist easy. Alter, hier ist in jedem Ding was drin, Junge. Richtig nice. Ne Geldtasche. Jaja. Nimmst du die schon? Ja klar, ich leg die in. Du könnt aber nicht alle Tische gleichzeitig nehmen. Ja, was noch? Doch so. Nehmen mir steht grad ein Gegner. Ja, hab ich gemerkt. Ja Max, was machst du denn du immer? Zum dumm sein. Du musst doch... Ein bisschen rumdümpeln, ja? Soll doch vielleicht mal nach oben, nach oben gucken. Wird dir aufgeholfen? Wird dir aufgeholfen? Wird mal so ein bisschen rum zu dümpeln und ordentlich machen. Stellt jetzt mir einfach bei dir in die Eckkampf was auf. Wollte ich mich hier in die Eckkampf beschossen werden. War hier schon wieder in den drin. In den NPCs ist das total komisch. Ich sitze nicht immer in die NPCs rein. Ey, das ist richtig nice. In jedem Schlitz weiß ich immer was drin, Mann. Guck mal. Guck mal. Das ist gar nicht viel wert, ihr das. Aber jedes Teil... Ist halt immer was drin, ja? Hier sind so zwischen 700 und 1000 Dollar. Wir haben jetzt schon... Wir haben jetzt schon Payday von... 500.000. Ja, aber ich sag mal so. Hier sind ja... Es gibt ja noch mehr von solchen Räumen. Oh, schuld, 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 schuld. Armin. Aber wir wissen mal, wohin war das bei mir. Ein bisschen useless. Dreht sich um, schieß das mal irgendwo hin. Also Max, es gibt ja noch zwei oder drei von solchen Räumen hier, ne? Ja? Ehrlich? Ja, ja. Das ist ein riesiger Tresor. Ich bin der Meinung, es gibt noch eins oder zwei Bäume davon. Max, bitte. Ich werde gut gehittet immer. Guck mal, das meine ich, guck mal, die NPCs setzen... Die Swordlufe setzen sich halt in die NPCs rein. Das ist aber was mich nervt. Und dann guck mal, wie der Typ hier drin hängt. Und wir hätten hier Luft drin. Ja. Es wäre viel angenehmer, wenn der Drillier dann nicht fertig wären, wenn man hier rauskommt. Ja. Ich freue mich eh, wie man hier rauskommt. Wenn die Tresor-Tür nicht offen ist. Ähm... ...und dann cest drauf. Ja, wir gucken Sie mal. Ach, dass werden wir schon sehen... WTF? Am. So werden wir어서 und wo werden die geheten? Das ist kein Scherz. und von oben die stehen allein durch oben steht niemand bestellbar im mädchen dass sich ein kanzler und nicht das zufrieden Kassel wobei das schön im spiel ist ein long game spiel gerade eine gefragte Städte erst der 2 und wir, ähm... Ah! Ah! Sie boxen mich! Was? Guck! Von wo? Von wo du warst du jetzt geschossen? Von dem, der hier drin steht. Weil der hat mir grad einen richtig geilen Flug gemacht. Äh, und das Spiel kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber dafür braucht man Freunde. Dafür braucht man echt auf jeden Fall Leute, die mit deinem spielen. Und ich mach das schon. Oh ja. Weil alleine ist das echt ziemlich langweilig, aber... Auf jeden Fall kann ich dir das empfehlen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Mit ne Menge Missionen auch. Hier ist schon vielleicht ein bisschen höher, deswegen... Aller Anfang ist schwer bei dem Spiel, aber auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall klar. Ja. Auch zwei Geldtaschen. Man kommt relativ schnell rein. Nice. Ist echt nicht so nice, dass man hier so wenig frei rum hat gerade. Alter, wie lange braucht denn der Scheiß Drill? Das waren doch schon mehr als drei Minuten jetzt. Zwei Sekunden noch. Pfff. Das ist jetzt nicht so offen. Lol. Ähm. Was ist denn? Äh. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? So. Das ist nicht normal. Das siehst du? Hier ist noch ein Raum. Noch ein Raum. Noch ein Raum. Noch ein Raum. Nein, oder? Und hier ist die Tresor. Warte, da sind noch ein paar Räume. Oh shit. Und hier... Oh shit. Ich frag mich nur wie man hier rauskommt man. Ich will nur noch in der Escape Mission. Also nur noch so dieses Escape. Ich hab die Beute, aber wir sollen die nach da hinten bringen. Aber wie kommen die hier raus? Was? Wenn wir sehen, ne? Und das Termit. Genau. Wenn wir sehen. Ja, ich glaub die zeigen sich hinter mir gerade runter. Ah, alle sind tot. Ah, da kommt noch einer. Verzeihung mehr. Was? Oh, der kommt runter. Ich pack mal ein paar Bags rein und bring die erstmal weg, ne? Naaah. Biest Kack, das spielt Age of Unset, man. Also ihr macht zwei Geldtaschen. Das nen Geldtaschen spielt eigentlich ziemlich nice. Der spielt Echt? Echt? Was? Wer spielt Chef? Biest Kack, ne? Ist das ein Amerikaner oder Australier oder whatever. Das ist ein cooler Dude. Über YouTube lernt man halt alle möglichen Leute kennen. Mit denen man... Und nachher was zu tun hat. Und CSGO auch, wa? Er ist ja... Ich hab den ja auch über CSGO kennengelernt. Wie hieß nochmal dieser eine Engländer gegen den wir gespielt haben? Ach so, äh, 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 äh. Und was mit Saurus? Ne, Dino. 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 Äh, RPG Dino. Genau, RPG Dino. Jetzt glaub ich sogar gerade online. Warte, ich guck mal eins kurz. Oh, ne, ich hab meins hier. Ähm. Dino, 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 Dino. Hard Contact. Ich design sich jetzt bei mir ab, Max. Ja, ne. Alles gut. Wow. Jetzt haben die, die haben da oben einen Sniper platziert. Du kommst echt auf die Fresse, wa? Ja, die kommen runter und geben mir, ne? Der Schick. Ja, ich hab's schon. Das ist halt nicht so einfach manchmal. Oh, ja. Aber, ich krieg halt nur mal, eben grad hab ich halt nur so bekommen. Das Drill has Jane, we gotta fix it. Ja, hinten, ne, bei dir. Der Drill. Ich guck einfach mal, wenn man rauskommt hier. Ja, genau. Warte, ich kann schon mal die Bohrer hier an den anderen Sais platzieren, ne? Hast du das noch nicht? Nee, ich hab's schon. Nee, ich hab's schon. Ich hab's schon. Ich hab's schon mal. Ja, kommt jetzt drauf an. Oh, Leute, hier ist auch noch einer drauf. What the fuck, Alter? Wir werden auf Reihenbecks schwimmen. Oh, ja. Ah, jetzt. Ah. F halten zum Öffnen. Wir kommen hier, wir könnten hier rauskommen, wenn wir wollen. Echt? Ich würd's sagen, wir machen's noch nicht, ne? Ne, ne, ne. Die Tresortür ist am Ende auf. Das ist einfach der grüne Button. F zum Öffnen. Jetzt wissen wir, was der grüne Button macht. Ja, das Problem ist, die nehmen uns hier unsere Bags weg, wa? Nein, tatsächlich. Die Bags liegen alle hinten. Okay. Wir machen so was mal. Wow, ich schieß einfach alles daneben. Das ist unglaublich. Nee, ist nicht so gut. Ja, ich hab noch. Ich hab zwar noch ein bisschen Schuss, aber so schlimm. Ego-Mode. Wow. Na komm. Jetzt liegt da echt ne Leiche vor, dass ich das nicht einsammeln kann. Das ist euer fucking Ernst. Wow. Ups. Okay, nice. Restart mal den Drill. Ich wollte noch was mit Drill. Also wie gesagt, die kann dir so lange nicht helfen, ne? Ja, ist okay. Beide. Nur reine Haie. Sehr leise. Ist ja, den macht's ziemlich gut, ne? Ja. Ja. Oh, nachher hab ich voll begonnen, was ich zu essen will. Ich frag mich echt, wo halt alle sind, aber... Ja ohne Witz. Da hinten bei dir ist das... Ist das Schild. Steht glaub ich ne etwas größere, ne? Oh, noch ein Schild. Nein. Okay. Ich bring nicht um, du! Hier ist noch ne Geldtasche, oder? Jaja, ich muss jetzt mal haben. Ich bin die... Alle kommen in die hier. Wobei, war schon. Nice, wenn du die nehmen könntest, die Leute schon. Und da berier ich auch gleich noch. Sehr gut. Dann hätten wir den ersten Raum schon mal fertig. Hm. Also allein der erste Raum war... Das ist unglaublich. Es steht im Paddy noch nicht drin, aber trotzdem. Das ist noch normal. Ich meine, einsack. Zwei. Alter, das ist unglaublich. Die Dinger gehen... Na, die Dinger gehen von einer noch unter ner Minute oder so. Boah, dann tut das jetzt getrennt. Das ist nicht das selbe gewesen. Ähm. Ey. Jetzt einfach... In den Chat schreiben kannst du mal was wollen. Ich moe und wollte die Fragen gerne. Ach. Bist du durch? Neun Stück sind das. Junge. Allein im ersten Raum. 40 Sekunden. Läuft, wenn ich mal will. 50 Sekunden. 40 Sekunden. Dann stelle dich in einen der äußeren Dinger hin. Diesen Prozess ist offen. Das ist es. Warte, dass man in der Mitte nicht noch diese Deposit Boxen knacken kann. Ja, das... Alter, mach schon. Warte, machst du. Ey, da sind noch zwei Geld drin. Da sind noch zwei Geld. Da sind noch zwei Geld. Das sind zwei Geld. Oh, hier sind auch noch vier Geld Taschen und zwei Gold Taschen. Hier sind auch noch viel Geld. Ey, das sind vier Gold Taschen. Also acht Geld Taschen, vier Gold Taschen, fünf Gold Taschen. Da ist noch Gold. Fünf Gold Taschen. Alter Junge. Ja, das ist noch eine... Geil, Mann. So schwierig ist das gar nicht. Hätte vielleicht aufpassen sollen, mein... Medic Bag nicht auf meinen Platz hin sollen, sondern ein bisschen weiter hinten. Ja, bei mir drei Sekunden. Bei mir drei Sekunden noch. Geh rein. Ja, hier bei mir. Hier ist offen. Ja, offen hier. Ich komm mich weit um die Garten. Und hier sind auch keine Posit Boxen drin, okay? Immerhin, ne? Ja, immerhin sind... Da sind vier Geld Taschen drin und vier Gold Taschen. Hier sind zwei Geld Taschen drin und... Ich glaub das sind nur zwei Gold Taschen. Egal, es ist... Ja, shit, Alter. So ein Scheiß, ne? Lohnt sich ja gar nicht, die Mission. Los geht was los. H��, ha, ha... Ja, what the fuck? Wir müssen das halt nur... Alles noch dahinten kriegen, weil... Mensch wird sich wieder freuen. Max, wir können einfach nur... Zwei Taschen Pro Run nach hinten nehmen, was? Das ist das Problem, ja. Obwohl, willst du jetzt hier nicht durch? Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen alles mit was geht. Warum legen wir nicht ihre Hände hoch, Alter? Die würden das überleben. Sehe ich so hässlich aus, Alter? Oh, hier ist auch noch mal was. Nee, du, dein, dein Strahlegesicht ist einfach... Mein Strahlegesicht... Die sehen mein Gesicht ja eigentlich auch nicht, wenn sie mich anleuchten, das ist ja golden. Oh, hier ist einer drin. Wow, hier ist einer reingekommen. Wie auch immer. Die würden alle überleben! Ich mach immer ein, ob mein Leben ist mir scheißegal, Alter. Oh, hier sind auch die Pause-Boxen, nice. Da sind noch Pause-Boxen, ne? Das ist einfach sehr gut. Mann, ich bin doch wieder voll mit meiner M10-14. Ähm, M10-14, ja. Aha. Weil jeder weiß, ich hab M10-14. Oh ja. Das wird so scheiße hier rausgekommen, ne? 80 Meter in der Tasche. Ja, lol, Goldtasche. Nice. Wow. Also beschweren will ich mich wirklich nicht. Das wird so viel Money bringen. Max, Max, ich glaube, wir hätten die Mission echt geschafft, wenn wir, äh, wenn ich den Skeletter mit German Türen öffnen zu können. Ja, dann hätte ich das hinter der Locken geschafft, dann. Ja, dann hätte ich das hinter der Locken geschafft, dann. Ja, wir hätten ja noch nicht hacken müssen, ne? Wir wären hier einfach hingekommen. Ja, die haben jetzt hier oben einen Sniper passiert. Ja, verdammt. Ich glaube, du hutsch, Alter. Wie wollen wir das mit den Taschen machen? Immer einzeln nehmen und dahin laufen oder alle? Ich würd' sagen, wir, wir platzieren hier alle nach und nach in der sicheren und gehen dann immer nach vorne mit den Dingern. So mit dem ganzen. So einem sicheren Spot, sagst du? Ja, so ein Spot, der gut verteidigen, verteidigen, verteidigen ist, weißt du? So am besten so ein Viereckchen brauchen, weil der so zwischen sitzen kann. Ach, klar. Wir müssen halt nur gucken, wie man da zu dem Abholpunkt kommt. Ja, 80 Meter, ich glaub, wenn wir per Helikopter abgeholt. Ja, ich meine. Du gehör'n in through the front door, das glaub'n, make history guys. Alter, Big Bang ist einfach so ultimativ. Böse. Macht Bock, ne? Bisschen brauchen wir mit Erik machen. Am besten mit noch jemandem. Am besten jemand, der noch schnell losgeht. Ich wette, wenn wir morgen Erik sagen, dass du das jetzt gespielt, dann hast du dir auch voll Bock gemacht. Und dann sagt der, ne, ich hab da keinen Bock drauf. Ah, das wär' dann wieder so... Maaah. Dann sag' mal einfach Erik, oder? Zwischendurch guck' noch mal Hello Kitty und dann ist das mir ja geil. Ja, genau zwischendurch. Und du darfst dich durch so mit Barbies spielen. Ja, ey, dann ist er dabei, sag' dir. Oh ja. Ja. So, wow, let this shit go. Ich neif' dich, du hohen Sohn! Ich fick' dich! So kurz abgereagiert hier wieder und dann... Oh ne Witz, ich hab' so Bock noch jemand zu Free-16, ne? Und der Waffe? Ey, ist einfach so. Ich hab' Face im Blut, Alter. Fuck. Ah, so. Fuck. Ja, ich glaub' auch. Loi. Das Ding hat ihn nicht getötet. Das ging nämlich durch. Wow. Komm schon. Loi, der Typ... Der Typ ist grad' nach oben geklettert. What? Nee. Nee. Einfach nee. Wir haben's mit MLG Pro Freerunnern zu tun, André. Gegen solche Leute... Gegen solche Leute kämp' ich nicht. Ach so. Wow, Alter. Wenn die hier... Die backen immer so eklig hoch auf diese Steine, weißt du? Ich schieß' da drauf und verschieß' irgendwie 5 Schuss, weil die da so rum... ...wabbeln, weißt du? So richtige Arschuhl und so, ne? Arschuhl. Dann fliegt mich ja auch, Alter. Brrrrrr. Huch. Ich werd' hier noch... Ich werd' hier noch... Boah, du bist ja irgendwann schon der Badass, ne? BAM! 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 Quickscope! BAM! 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 Wo ist denn? Eeeh! Oh, hier sind zwei Meter rüber Achs Wir sind alle down Mir wird schon aufgehäufen, ach gut Schaffst du? Wird ja aufkommen, alles klar Ich nehm' mir ja einmal raus und dann Der Joey da hinten, der immer kaputt ist, alter Könnt ihr den mal bitte wegfacen oder so? Ich werd auch hier in der MLG Kriegsgehoben, alter Bam, bam Boah, Knife, alter Knife to the face, oh komm, den Knife ich noch Boah, im COD ist das Knife echt ein bisschen overpowered MW2, alter Kommando Kommando Die gut spielen können, ja Aber, also Das würde, glaub ich, richtig Bock machen Wir haben schon gut die ganzen Toppeten Noch ne Goldtrasche Wow Nice Ich nehm' raus Ich nehm' die Milch Das ist jetzt heftig, ne Wir haben jetzt gefühlte 60 Bags Naja, soviel vielleicht nicht, aber 20 sind das bestimmt schon Ja bestimmt Ja, durchziehen Durchziele jetzt durch Wie viel bringt Gold auf Normal? Äh, Geld auf Normal? Weiß ich nicht, 70 Ne, ich glaub' 50 57 57 47 Platten Ach stimmt, das kann sein Und Gold 100.000 Ich glaub' 100 Und 7.000 Also auch im Komma Praag 6 War da nicht gut Okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 10 11 13 14 14 15 16 17 17 15 15 15 15 18 19 19 20 21 21 22 22 Mach mal auf, wa? Wie war das denn hier aufmachen, Max? 22 24, bleib einfach auf den Knopf drüber Ah, hier Oh 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 Das sieht ziemlich cool aus Das sieht ziemlich cool aus Ja, jeder von uns Erstmal ne Tasche aufm Rücken Oh Gott Oh Gott Wow, Hilfe Ach, hier sind ja genau neben uns Vereine, Alter Ja Das glänzt doch nur Okay, die sollten erstmal hier hoch die Dekke bringen Hier in diesen Raum, ne? Glaubst du ne gute Idee? Hier 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 Genau Ja, mach noch ne epischere Animation dafür Ja Das ist klar, die haben sich einfach... Er hat sich einfach... Next Level Tactics, Junge, ersetzt mich in die Wand Er ist ne... Er macht... Er... Irgendwie muss die Polizei auch gegen uns ankommen, ne? Ah, ja Ich muss echt ne Menge... Oh Scheiße, die kommen gerade gegen mich an Ich muss ja viele Videos nicht mehr einfach bekommen haben, ne? Ja, ich mein, wir zwischendurch mal 7 oder 8 Leute zugeschaut haben Das ist ja cool Ja Wieso... Ich glaub am Anfang von BigBank hatten wir, ähm... Glaub ich 4 oder 5 Leute Also als Stalker noch nicht, muss ich sagen Jetzt? Zwei Ahhhh Ey, so schlimm find ich das ehrlich gesagt nicht Dafür, dass ich echt... Dafür, dass der Extreme halt eigentlich gar nicht angekündigt war sozusagen, weißt du? Ja Also nur vorhin Das Video kam heute Morgen halt online, ne? Ja 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 Hörst, willst du mir zuhören oder hast du einfach keinen Bock da drauf? Ich hör dir doch zu Ja 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 Können Geh, ich fixe ihn. Erstmal Bora neu sterben. Wow. Ich will wissen, was hier drin ist. Oh, ich treff die einfach nicht fest. Oh dumm. Au. Mehr kann nicht runterspringen die Treppen. Aber die dickere Trezorte konnten sie doch nicht aufschreiben. Naja. Die dickeren waren alle ausverkauft. Oh ja. Es ist offen. Es ist offen. Mal gucken, was hier drin ist. Oh, ein Sicherheitsmann. Echt jetzt? Erstmal welchen... Erstmal welchen... Und Kameras. Erstmal Kameras gucken. Ach ne, ist ja nicht erlaubt. Ja, weil er nicht wollt gucken oder... Ob das... Was das hier ist. Alter, dass wenn und wie auch nicht weniger Säcke da war. Das ist voll geil, Alter. Das Gefühl ist... Das ist echt richtig geil. Weil... Die wollten ja gar nicht alle... Die wollten die Säcke nehmen. Spasten. Dummeloos, ey. Mit dem nicht mein Face Mad Max gerechter, weißt du. Weil es da immer nur so eine kleine Station weiter die Säcke bringen. Ja, so müssen wir es halt machen, weißt du. Ansonsten wären die uns alle gekaut. Ja, klar. Sonst kriegen wir nicht alle mit. Aber wir sind halt immerhin 20 Meter. Sonst müssten wir ja ein paar... Boah, wie lustig das wäre. Wir würden einfach die Polizei die Säcke überlassen. Wir würden die bis ganz da vorne tragen. Das wäre super witzig. Das wäre echt ziemlich... Next Level Technisch. Wir sind ja gerade erschossen. Ich wollte den neifen. Tut mir leid. Ich hoffe, der fühlt sich jetzt schlecht. Ja. Das siehst du? Der wollte mich gerade neifen, Alter. Kommt gerade mit dem... Weißt du? Guckt mich an, zieht erstmal ein Messer. Ja. Dann habe ich ihn ins Gesicht geschossen. Karl! Das tötet Menschen. Ich bin gerade einfach ins Gesicht gekommen. Er ist ins Gesicht gekommen, ja. Er ist ins Gesicht gekommen, komm. Er ist ins Gesicht gekommen, Dicker. Ich glaube nicht, dass ich hier ganz oben werfen könnte. Das wäre schon ziemlich cool. Diegel Hacks. Diegel Hacks. Diegel Hacks. Diegel Hacks. Hacks are real, Alter. Oh, face. Face Mad Hacks, Alter. Bam. Das ist geil. Alle draußen, ne? Ja, alle draußen. Ja, wo stehst du denn da hin? Einen Schüsse rechts in der Wand. Ich habe die zwei Typen da oben abgeschossen. Ja, bei mir hast du aber rechts einen weggeholt. Also hast du neben dem Typen, der schon erstmal rechts in die Wand geschossen. Was ist das? Oh. Wow, hier sind ein paar Leute. Everybody fucking drop! Bam. Oh. Ups. Ich nehme gleich mal Manic back, ne? What the fuck? Ihr beide helft... Ihr be... Helft mir doch einfach beide auf! Beide Bots! Weißt du von dem einen Bad... Wir müssen gucken, wie wir hier rauskommen. Von dem einen Bad kriege ich eine Spritze gegeben und von der anderen hilft mir dann hoch, weißt? Was? Ey, was hackt man denn hier auch raus? Oh, come on. Gehen wir denn da lang? Soll ich denn die Bags runterwerfen? Ja. Wirft ihr auf die Treppe, dann wollen sie runter. Oh Gott, mein Bein ist eingeschlafen. Hrrrrrrrrrrgh! Ist so eine Standardmission. Wo wir... Wo man sich einfach... Einfach lange dauert. Alter Jungen oder Kumpel, Leute, muss ich sagen. Erstmal, wo ihr wollen. Ey... Ok. Jetzt bin ich nicht erschossen, erst mal der Fahrstuhl wird wieder weggeschickt. Aber wir müssen uns halt jetzt echt machen, ne? Eine nach meiner. Aber ich freu mich schon so aufs Upcashen, ne? Ich will einfach sehen, wie groß, wie viel Money wir bekommen. Wahrscheinlich sind wir am Ende voll enttäuscht, weil es einfach normal ist und wir nicht so viel Money kriegen. Oh, das kann bestimmt sein, aber trotzdem, ich will einfach die Backs, die Anzahl der Backs. Ich glaube, mit Erik könnte es sogar auf Schwer schaffen, ganz ehrlich. Könnten wir, also mit Erik zusammen könnten wir die echt auf Schwer schaffen. Alter, mein Wein! Oh Gott! Bist du gerade gekommen? Alter, ne, das ritt, 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 ritt so. Ich kenne das, das ist Liebe. Achso, wenn du jemanden fände, verliebt bist, hast du so einen kribbelnden Bein. Ein Bein, ja. Aber mein Lachen war gerade so zwischen Husten und Lachen, Alter. Riecht abartig. Sonst lass dich wie unten, einfach. Immer den Kill-Up, ne? Läuf, vor Vorsicht, Speedy Gonzales ist bei dir. Boom. Und er rennt weiter. Wie viele Backs sind noch oben bei dir? Kann ich nicht sehen, die liegen alle übereinander. Ein paar. Achso. Alles klar. Alter. Es sind vielleicht noch drei oder vier Backs. Ich glaube, jetzt liegen hier noch drei. Ist klar. Ja. Na. Na, 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 na. So, zack. Oh. Alter, diga, man. Ich habe nicht, wie viele Treibschrifter dieser Helikopter hat. Vor allem, da sind auch, glaube ich, fünf oder sechs Goldtaschen zwischen. Oh, ich schieße einfach jeden Schuss daneben, Alter. Wow, und jetzt habe ich jeden mit einem Schuss getroffen. Alter. Manchmal schieße ich einfach alles daneben und manchmal schieße ich einfach alles. Unglaublich. Ich schieße immer alles. Kann ich mir selbst nicht mehr glauben. Uh, ja, na. Max, da oben liegt noch einer, ne. Oh. Oh, scheiße, warum da drauf, das brauchen wir nicht. Das finde ich tatsächlich noch zwei, Alter. Das ist sogar einmal Gold noch dazwischen. Ja, okay, nice. Gold soll irgendwann nicht zurücklassen. Zweimal Gold. Ja. Hm. Wartfuck, äh, brauchst du Hilfe? Hallo? Scheiße. Was? Willst du Hilfe? Wir sind fast durch, ne? Wieso ich was? Wir sind fast durch, ne? Ja, ja. Wir haben die Hälfte des Weges geschafft. Wuh! Eine Stunde sitzen wir jetzt hier drin. Es wird ein Spaß, die Sachen zu importieren. Warte. Ich hab so Lacks, ne? Ich drück A, ich drück G und wirf diese Tasche nicht weg. Hörst mich noch, oder? Äh. Alter, ich kann die Tasche nicht droppen. Nice. Was? Reicht mal die Tasche noch im Rücken? Äh. Ähm, André? Und unten in der Ecke steht doch, ob du was auf dem Rücken hast. Ja, hab ich. Steht ja da, aber... Du hast nichts mehr auf dem Rücken, Mann. Ja, kannst mal sehen. Bei mir hab ich noch was auf dem Rücken. Du hast nichts mehr auf dem Rücken. Ich hab bei mir noch was auf dem Rücken. Ich hab mit dem Rücken so weiter... Boah, for fuck's sake, Alter. Ganz kurz, kann ich kurz reconnecten? Äh, ja, kl... ja. Reconnecte, dummer. Du bewegst dich auch gerade gar nicht, wa? Naja, ich bin da nicht rausgegangen jetzt, so. Wahrscheinlich, dass mein Internet schon mega schroppaziert ist wegen dem ganzen... Äh, du trittst jetzt schon wieder bei? Ja, klar. Das ging richtig f***. Ja. Hier bin ich wieder. Jetzt hab ich ehrlich gesagt. Wo sind wir? Wo sind wir? Überfordert. Hier sind wir. Ja, hier sind wir. Wird ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Okay, wir müssen die Bags oben aufs Dach bringen, halt. Ja. Ja. Alter. Oh Gott. Sniper oder was? Auf dem Dach ist ein bisschen was los. Lass erstmal alles zwischenlagern. Äh... Du solltest echt mich aufs Dach rennen sollen, alleine. Weiß. Ja, jetzt nehmen wir 30.000. Ohhhh... F***. Wird geholfen, ne? Oh Lord. Ja, wird mir. Die Sniper sind halt das Problem. Ja, die können nicht alle Daumen bringen. Dann komm mal... Komm erstmal runter. Ja, ich komme. Wir legen erstmal alle Bags hier vorne hin, und dann bringen wir die weiter nach vorne. Zusammen können wir das nochmal wirklich gut schaffen. Das ist halt jetzt der schwierige Teil, ne? Aber du weißt ja, Let's work history, oder? Ja. Lager doch erstmal weiter da vorne. Ja, mach ich doch. Ich bring die, ich bring die in das Treppenhaus hier. Also klar. Ey, das ist ziemlich safe. Gut. Hallo Gamer-Kidsch. Wie geht's dir so? das dauert einfach so lange diese ganzen Säcke da hinzuzusten. Das ist schon bei 55 Minuten, Alter. Ja, und das geht bestimmt noch 10, 20 Minuten. Aber es lohnt, ich hoffe einfach es wird sich lohnen. Ach, ein bisschen was werden wir auf jeden Fall kriegen. Ja, halbe Millionen haben wir schon, ne? Ja. Also ich glaube am Ende für uns springen auch eine halbe Million raus etwa. Bestimmt. Es wird sich aber nicht lohnen, aber trotzdem.